Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Mist Survival. Machen wir natürlich auch weiter. So, dann schauen wir mal. So wie ich weiß, hatten wir letztes Mal Blut gesammelt. Das werde ich weiterhin machen. Und dann schauen wir mal weiter. Wir werden mal sehen, wo wir jetzt wieder landen. Wollte ich schon sagen. Ach ja, stimmt. Jetzt werden wir noch mal kurz nachgucken. So, hier kommen die Nähsachen. Da kommt... Da hier so ein Verband und sowas. So, ich komme hier die Schrotze. So. 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 Das war nicht gut. Habe ich mir aber schon gedacht. Auch nicht schlecht. Ich glaube... Ich werde mal ein bisschen sortieren. So. Was ist hier? Okay. Ja. So. So. Habe ich mir Zeit. So. So. Dann tun wir das hier hin. Und die Blätter finden. Steine. Alles sammeln. Oder Federn. Ist auch wichtig für die Pfeile. Hier. Hier. Hier kommen die Werkzeuge. Also die wichtigsten Sachen. Hier. 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 So. Kann ich erstmal. Hier hin tun. Was ich noch nicht weiß. Ist nix. Ist nix. Ist nix. So. 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 das tun wir mal hier so habe ich noch irgendwas ja natürlich erst mal aufsammeln so das weiß ich nicht so so Für mich liegt hier keiner oder was? Dann schauen wir mal. Ich habe hier leider noch keinen Kanister oder sowas, wo man das machen kann. Aber kommt noch alles. Natürlich essen. Also nicht, dass wir denken, dass ich jetzt alles liegen lasse oder so. Ich hebe das gleich auf. Ich gucke, ob hier was dazu gekommen ist. Das nehme ich natürlich mit, das ist klar. So. So. Hier Wasser, sehr gut. Was habe ich hier? Auch nichts. Gut. Habe ich soweit fast geguckt. Dann muss ich nochmal hier gucken. Das ist natürlich voll. Ich habe hier. Ich habe hier noch nicht. So. So. Das ist nichts. Hold on a sec. das war klar so So, dann gehe ich das erstmal kurz zurück. Dann Platz das schon. So. Dann laufe ich mal ganz schnell in mein Häuschen wieder rein. So. Was haben wir hier? So. Erste. Machen wir das. Dann das. Steine. So. So. Hier. Zack. So. So. Dann holen wir das hier rein. Aber warte mal. Vielleicht kann man das ja auch sticken. So. Das haben wir glaube ich noch nicht. Die nächste Waffe. Das. 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 So. 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 Wenn euch das Video gefallen hat. Dann lasst doch einen Daumen nach oben. Und ihr könnt mich auch kostenlos abonnieren. Und vergesst nicht unten rechts die Glocke zu aktivieren. Damit ihr auch nicht weiterhin von mir was verpasst. Jo. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.